Hallo und moin aus der Malerwerkstatt. Heute wollen wir das Thema hochwertige Tapeten beleuchten. Heißt Digi-Prints, heiß tiefschwarze Tapeten, Metall-Effekt-Tapeten. Hierfür haben wir zwei hervorragende Produkte und die wird uns Michel jetzt erklären. Genau. Wir haben hier zwei Produkte. Einmal zur Untergrundvorbereitung unseren Tapetengrund transparent, in dem Fall schwarz eingefärbt, so wie wir das gleich an unserer Präsentationswand zeigen. Gehen aber natürlich auch alle anderen Farbtöne, die die Tapete vorsieht. Also tiefschwarz, grün, gelb, richtig kräftige, knallige Farbtöne als Tapetengrund zum Voranstrich. Dann haben wir ein zweites Produkt, unseren Wandbelagskleber CC. Hier ist der Vorteil, der ist so eingestellt, dass er wirklich sehr gut von der Rolle geht. Er ist pH-wertneutral. Das ist ganz wichtig bei metallbedampften Tapeten. Und rollfertig eingestellt, direkt aus dem Eimer. Das hört sich gut an und ich denke genau, das zeigen wir euch jetzt an der Wand. Nach kurzem Aufrühren kann der gebrauchsfertige Wandbelagskleber CC-Glas klar in gleichmäßigen Bahnen aufgebracht werden. Durch einen gut vorbereiteten Untergrund und ein gleichmäßiges Verschlichten des Klebers ist ein perfektes Tapetierergebnis leicht zu erreichen. Die vorher zugeschnittenen Tapetenbahnen können nun in das feuchte Kleberbett eingelegt und mit einem zur Tapetenoberfläche passenden Werkzeug angedrückt werden. Kleister, der aus der Naht austritt, kann je nach Beschaffenheit der Tapetenoberfläche leicht mit einem feuchten Schwamm oder fusselfreien Lappen abgewischt werden. So Michel, wie nicht anders erwartet, Top-Ergebnis an der Fläche genauso wollen wir das sehen. Ich denke, jetzt können wir dann nach vorne schreiten und nochmal einen Tipp aus der Malerwerkstatt geben. Ein Tipp zum Tapetieren ist, benutzt bitte den Nahtroller immer noch, nicht den Scherenrücken oder ähnliches und die müssen ein bisschen nachkonstruiert werden, die Nähte und dann sitzen die Bombe und es gibt ein tolles Ergebnis. Genauso wollen wir es. Wenn euch das gefallen hat, liked uns auf YouTube und Insta. Bis auf bald! Bis auf bald!